Die fünf Gebete und Jum'a zum Jum'a und Ramadan zum Ramadan löschen die Sünden aus, die dazwischen passieren. Ja, das sagt der Reiter. Dann sagt der Allmächte Gott in diesem Hadith, Ja, Ibedi, und jetzt, und ich bitte, hier gibt wirklich der Prophet ein Beispiel durch den Allmächte Gott, dass man sich wirklich überlegt, wo man wirklich drüber nachdenken muss. Damit wir die Gewaltigkeit von unserem Gott spüren können. Er sagt dort, Ja, Ibedi, Lau enna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ka'nu ala atka kalbi rajuril wahidiminkum mazada dhalika fi mulkisheya Oh, meine Diener, alle Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch, Menschen und Jinn, Jinn, Geisterwesen, alle, das gottesfürchtigste Herz von dem gottesfürchtigsten von euch hätten. Der beste Mensch. Wenn alle Menschen wie der beste Mensch wären, mazada dhalika fi mulkisheya Das würde meiner Herrschaft nichts hinzufügen. Nichts. Das ist das, was Allah sagt. Allah sagt ja im Koran. Dort sagt er auch, dort sagt er, Ich habe die Menschen, die Jinn erschaffen, damit sie mir dienen. Ich will von ihnen kein Vermögen bekommen, keinen Lebensunterhalt bekommen und auch nicht, dass sie mich speisen. Aber den Nutzen hast du alleine. Und von diesem Nutzen, wie gesagt, Gott kriegt davon keinen Nutzen, er liebt das. Aber da Gott anders ist als wir Menschen, und das sagt Allah im Koran, Leysa kamifli shay, wa hua samir al-basir, nichts ist im Gleichen. Das heißt, alles, was du dir unter Gott vorstellst, ist nicht Gott. Gott ist kein Mensch, ist kein Mann, ist keine Frau, Gott ist Gott. Das ist das islamische Konzept. Unabhängig von Raum und Zeit, er hat Raum und Zeit erschaffen. Wir sind begrenzte Wesen, deswegen sagt Allah im Koran, Sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Welches Wissen umfassen wir? Wir haben fünf Sinne im Prinzip. Welche sind die? Sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Ja, das sind diese fünf offensichtlichen Sinne, die wir haben. Da manche sagen, gesechste Sinn, siebte Sinn und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht hat ja irgendjemand noch was anderes so. Aber das ist das, was Gott uns gegeben hat. Und Gott ist über unserer Vorstellungskraft. Stell dir mal vor, du könntest es nicht sehen. Du hast noch nie irgendwas gesehen, und jemand würde dir versuchen zu erklären, wie die Farbe grün aussieht. Könntest du gar nicht begreifen. Stell dir mal vor, du hättest noch nie, du könntest keinen Ton, keinen Laut hören, und jemand würde versuchen, dir zu erklären, wie sich die Musik von Michael Jackson anhört. Stell dir das vor. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Deswegen müssen wir verstehen, wir sind begrenzte Wesen. Gott hat uns Mittel gegeben, seine Attribute im begrenzten Maße zu verstehen, dass er uns alles weiß, dass er uns erschaffen hat, wofür er uns erschaffen hat. Aber das heißt nicht, dass wir jeder Sache komplett hinterherkommen können. Was ist denn, was ist los? Das ist der Punkt, dass man sich wirklich bewusst ist, wir haben es mit einem Wesen zu tun, die über unsere Vorstellungskraft ist. Ich gebe ein anderes Beispiel. Wir leben in einer sozusagen vierdimensionalen Welt, sage ich immer. Was heißt vierdimensional? Manche würden sagen, wie dreidimensional. Ich meine damit Höhe, Breite, Länge, beziehungsweise Tiefe, je nachdem, wie man es definiert. Und Zeit. Aber wir sagen als Muslime, dass die Zeit eine Schöpfung von Gott ist. Das heißt, ein Anfang hat. Das heißt, es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Hä? Eine Zeit, wo es keine Zeit gab? Kann man sich gar nicht vorstellen. Du kannst dir jetzt nicht vorstellen, dass es ein Lebewesen gibt, das in einer anderen räumlichen Beschaffenheit als unserer räumlichen Beschaffenheit lebt. Aber Gott kann sein, dass er jemanden in der Zweidimensionale erschaffen hat. Die sind dann wie so auf dem Papier. Wie so Strichmenschen auf dem Papier. Kann sein. Können wir uns das vorstellen? Nein. Und daraus wissen wir, dass Gott völlig über unsere Vorstellungskraft ist. Aber der hat uns geehrt, wenn wir ihm dienen, dass wir zwei Nutzen haben. Der erste Nutzen ist, glückliches Leben. Und ein glückliches Leben ist von zwei Faktoren abhängig. Erstens, wie gehst du mit positiven Ereignissen um? Und zweitens, wie gehst du mit negativen Ereignissen um? Denn jeder hat positive oder negative Ereignisse in seinem Leben. Es wird jemand geboren, es stirbt jemand in der Familie. Man ist gesund, man wird krank. Man ist jung, man wird alt. Jeder Mensch hat positive und negative Ereignisse in seinem Leben. Wichtig ist, mehr oder weniger, wichtig ist, wie geht man mit beiden Dingen um? Und da habe ich eben schon erklärt, welches Bewusstsein man durch den Glauben bekommt. Die zweite Sache ist, dass die Liebe beziehungsweise die Glückseligkeit ist nicht etwas, was man am Kontostand messen kann. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja okay, Karl-Heinz hat mehr Geld als Peter, also ist Karl-Heinz glücklicher. Oder wie oft man im Jahr in den Urlaub fährt. Ja, Pierre Vogel fährt zweimal im Jahr zum Ballermann 6 in den Urlaub. Also, ihr wisst schon, da stehe ich da hinfahre, aber so als Beispiel, der ist glücklicher als Frederik, der fährt nur einmal im Jahr zum Ballermann 6. Wisst ihr, was Ballermann 6 ist? Ja, ne? In Mallorca, wo die alle so viel am Saufen sind und Party machen, ne? Nicht, dass ich jetzt hier jemanden auf die Idee gebracht habe, ne? Okay, alles klar. Auf jeden Fall. Oder an der Automarke. Wir sehen Leute, die sind eigentlich, wo man denkt, ach, die müssen ja eigentlich total glücklich sein, die müssen es ja eigentlich gut gehen und die begehen Selbstmord. Schaut ihr mal jetzt an Robert Enke. Fußball-Nationalspieler in Deutschland bringt sich um. Jeder Mensch, der würde sagen, bei uns damals, wie wir klein waren, also, in der dritten oder vierten Klasse, da hatten wir immer so Poesie-Alben. Da mussten wir dann immer den Traumberuf angeben. Jeder zweite Junge hat angegeben, Fußball-Profi. Kaum Beruf, Fußball-Profi. Und die Mädchen haben alle angegeben, Sängerin. So war das damals gewesen. So, dann guckst du dir heute an, die lieben. Mariah Carey, wer wäre nicht gerne so gewesen, wie Mariah Carey? Die hatten mittlerweile wie viel Selbstmord versuchten sich zwei? Whitney Houston, wer kann sich nicht an diesen Song erinnern? Always. Also, ich zumindest. Wer kann sich nicht daran erinnern? Hat jemand gesagt, boah, ich wäre ja auch gerne so Whitney Houston. Britney Spears. Mensch, jung, tanzt rum, kommt gut an. Wer wollte nicht gerne so sein? Und schau dir mal heute an, alle durcheinander. Robert Enke, Fußball-Profi, sogar Nationalspieler, wirft sich vor den Zug. Warum? Man wirft sich doch sagen, wieso? Mensch, alle lieben den 30.000 Mann kommen zur Beerdigung, hat genug Geld. Das ist doch eigentlich das, was sich jeder wünscht. Ruhm, Geld, Frauen kann er bestimmt auch haben, so denkt man doch. Aber du siehst, das ist nicht das, was dem Menschen Glück gibt, sondern Glück ist ein Gefühl im Herzen. Und das ist, was der Muslim hat, selbst wenn der in der Wellblech-Hütte lebt. Selbst wenn der in der Wellblech-Hütte lebt, glaub es mir, glaub es mir, ich war in so vielen Ländern gewesen, wo ich Leute gesehen habe, die in den ernsten Verhältnissen leben. In Mekka beispielsweise, da siehst du Leute, die kommen aus Afrika, die kommen vielleicht aus Pakistan oder aus Indonesien, aus den ernsten Verhältnissen. Aber denen geht es gut, du kannst gar nicht so leben vielleicht. Mit zehn Mann auf einem kleinen Zimmer und so weiter, aber die sind glücklich. Warum? Weil der Glaube gibt dir Glückseligkeit im Herzen. Weil Allah sagt im Koran, Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und der größte Nutzen, den du hast, selbst wenn du der unnötigste und unglücklichste Mensch der Welt bist, ist was? Dass du am jüngsten Tag ins Paradies hineingehst. Und was gibt es dort? Allah sagt in einem heiligen Hadith Ich habe für meine Rechtschaften Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das hat er vorbereitet. Das ist der Weg. Willst du ins Paradies und zur gleichen Zeit der Hölle entkommen? Schlimmste Strafe. Was hindert einen daran zu sagen, ich glaube, es gibt nur einen Gott, den ich anbeten muss? Man soll sich die Frage selber stellen. Man kann gerne weiter prüfen, weiter forschen und so weiter. Dann sagt der allmähliche Gott weiter. Ja, Ibadih, wenn der erste und 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 der erste meine Diener und Menschen und Jinn alle das Schlechteste hätten, das würde mir keinen Schaden zufüllen. Das haben wir eigentlich schon erklärt. Dann sagt er weiter, Ja, Ibadih, wenn der erste und 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 Jinn alle auf einer Ebene stehen würden und die würden mich alles fragen, was ihnen einfällt. Und ich würde jedem einzelnen alles geben, was er will. Das würde von meinem Besitz, von meiner Macht nicht so viel wegnehmen, wie die Nadel in den Ozean reingestochen wird. Nichts. Stell dir mal vor, du bist an einem Ozean, das ist eine Übertreibung, um diese Macht Gottes zu verstehen. Das ist dein Gott. Nicht wie diese komische Theologin gesagt hat, wenn ich dem am jüngsten Tag begegne, dann muss er sich warm anziehen. Ich weiß gar nicht, mit wem es zu tun hat. Und das soll dir eine Lehre sein, uns eine Lehre sein. Bitte Gott heute um Rechtleitung. Und bitte ihn darum, dir zu helfen und die Lage der Muslimen in Europa zu verbessern. Diesen Weg muss man gehen, Leute, liebe Geschwister im Islam. dann sagt er weiter, es sind nur eure Taten, die ich für euch sozusagen aufzähle. Das heißt, jede einzelne Tat, die wirst du am jüngsten sehen. Und was ist dann? Wer dann Gutes findet, der soll Gott dann machen. Und welche Weisheit steckt dir hinter? Und das ist etwas sehr Wichtiges, wenn wir mit Menschen reden. weil es ist wichtig, dass wir die Taten für Gott alleine machen. Dass wir uns nicht selber für unsere Taten loben, sondern wir loben Gott. Wenn wir eine gute Tat machen, wir loben Gott. Und das ist die Medizin des Gläubigen, um kein Augendiener zu werden. Weil wenn er selber anfängt, stolz zu werden auf seine Taten und nicht sagt, Alhamdulillah, dass Gott mir diese Kraft gegeben hat. Alhamdulillah, dass Gott mir geholfen hat. Dann kann es schnell sein, dass seine Taten kaputt gehen, der arrogant wird. Und dann sagt er, und wenn wer was anderes findet, der soll nur sich selber tadeln. Dies ist dieser Dies, den ich erzählt habe. Und jeder soll sich fragen, und jeder soll sich fragen, ob er auch an diesem Schatz teilhaben möchte. Und dann ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK